Das ist jetzt hier schon wieder. Hä? Ich gucke jetzt mal. Ich habe hier Wehen aufgesonnen. Ich habe hier das Trink. Okay. Ja, lass mich doch mal wohnen. Hier, hier, hier. Hier. Oh. Die sind in der... Wenn du deinen Charakter siehst, dann drückst du R3 und dann auf der Tasche. Da, wo du Sachen drin hast, so wie Eisenbrocken und sowas. Ja, dann geht man nach unten. Ganz nach unten? Ja. Ja. Dramatenfarkment. Hey! Das sind die. Die musst du denn erst. Brenn doch! Bleib dir stehen, Alter! Ach, scheiße. Jetzt kommt eine Steuerei mit drüber, oder? Doch. Puh, das ist doch so. Sorry, Club. Nur weil ich gerade gesprungen bin. Was ist mit der Tramme hier? Ach, man kann auch hoch. Das ist doch komisch ja gar nicht weiter, oder? Also. Mann, wieso Scheiß-Feier-Meteor und so. Dieses. Leppt mich doch im Arsch. Oh, ich Idiot, spring an dem Ding dran vorbei. Ach, hier ist ja echt das Ziel. Wo? Wieso sind hier zwei Ziele? Seid ihr drüber, ja? Ja, das ist eine Ruhe. Hä? Geh hoch. Ja. Ja, geradeaus. Ja, weiter. Und jetzt da rüber. Nee, 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 nee. Nein, nee, nicht. Ja, geh jetzt da auf das Gelbe rüber. Ja. Okay. Ja, oder so. Oder so. Die Rosanna hat noch einen anderen Weg gefunden. Ja. Ich hab so gesucht. Ja. Kennst du mal, der mir dort gewählen? Ja. Der kapiert's nicht. Der, der fragt sich, wo der rumrennt, ey. Der fährt schneller? Ja, wenn du... Der kann ja noch da links in die Mitte gehen. Genau. Und dann hab auch... Und so... Und so bleibst du hab die ganze Zeit schnell. Du kannst es so abteilen, dass du die ganze Zeit so schnell rennst. Oh. Wieso geht dir nicht das schräge Ruhe nach oben? Ok. 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 Genau. Quitte. Geh raus. Juhuhu. Haha. Das Globisch net, auch, ey.